Hallo, grüß Sie, hallo. Dürfen wir Sie begleiten ein Stück? Kommen Sie mit. Ja, wir kommen einfach mal mit. Wie geht es Ihnen denn? Wie hat es Ihnen bisher gefallen? Ja, das müssen andere sagen. Ich musste ja den Kirchentag eröffnen, dazu eine Rede halten. Ob die Rede gefallen hat, müssen die Besucherinnen und Besucher entscheiden. Aber Sie sind schön mitgegangen. Ich habe mich wohl gefühlt auf der Bühne. Wir haben uns auch wohl gefühlt. Wie gefällt es Ihnen denn mit den Jugendlichen hier? Vor allen Dingen freue ich mich darüber, dass viele da sind. Das ist ja gar nicht so einfach. Wahrscheinlich die Schulkameradinnen und Kameraden ihres Alters zu überzeugen, zum Kirchentag zu fahren. Deshalb ist es schön, dass so viele mitgekommen sind. Ja, vielen Dank. Dankeschön. So, und da haben wir dann auch mal ein kurzes Gespräch mit Frank-Walter Steinmeier bekommen. Er hat sich auf jeden Fall gefreut, hier zu sein. Hat eine schöne Rede gehabt. Wir haben viel Spaß dabei gehabt. Und wir werden jetzt nochmal ein bisschen weiterschauen, was Ihnen jetzt noch so alles passiert und über den Weg läuft.